Max, wir haben ein Video, wie du Chloe eine Überdosis verabreißt. Es gibt kein Entkommen. Du kannst dich in keiner Realität verstecken. Und er schätzt mich nicht verstanden. Das ist voll der Alttraum. Hilfe. Okay, bei den Fotos ist alles okay. Da ist auch alles okay. Ja, okay, hier ist alles so, wie es ist. Hilfe. Holy shit. Schau an all diese Töne Wörter. Das kann nicht real sein. Oh, der ganze Schuhhof ist voll mit Vögeln. Hallo? Das ist irgendein Albtraum. Wir sind ohmächtig oder so und haben gerade den übelsten Traum. Aber so richtig. Oh nein. Der Leuchtturm zerstört. Rachel, du wirst nicht das überhaupt nicht verdienen. Ich werde doch gleich erschreckt, oder? Wow. Oha. Verpass ihm eine. Oder auch doch nicht. Ich wollte nur wissen, ob du das restliche Leben in meinem dunklen Raum spüren möchtest. Deine Pürheit inspiriert mich so viel. Und wir können so glücklich zusammen sein. Wer braucht Selfies, wenn ich dir Portraitum geben kann? Wenn jetzt gleich sein Gesicht verläuft, dann ist das auf jeden Fall ein Albtraum. Ich liebe Sie, Mr. Jefferson. Meine Selfies sind scheiße. Danke für das Töten, Chloe. Unsere dunkle Kammer. Hä? Warum muss ich das sagen? Hä? Hä? Was ist das für Antworten? Ja, irgendwas muss ich nehmen. Irgendwas muss ich nehmen. Irgendwas muss ich nehmen. Alles war doof. Was passiert da gerade? Es ist wie, du hast uns beide einen tollen Vorteil gemacht. Chloe kann dich niemals nicht so wie ich mich will. Maxine. Und ja. Ich versuche dich Maxine. Können wir bald mal wieder aufwachen? Immer wieder. Der ist weg. Die Vögel sind immer noch da. Ich kann nicht real sein. Ich glaube nicht. Ja, kann mir aber irgendjemand sagen, was hier gerade abgeht. Wir sind doch im Traum. Okay, gut. Wir verlassen jetzt. Ah, hier haben wir nur ein Poster. Ich werde nicht das Bait nehmen. Ich werde nicht. Ist Max Coyford eine Loserin? Tut sie jedem weh, wem sie hilft? Ja. Nullen des Alltags. Max hat schon gewonnen, weil sie schon verloren hat. Also nimm gar nicht erst teil. Wir erschrecken. Hä? Hallo? Das ist aber nicht die Schule. Das ist das Wohnheim. Hilfe? Was geht hier vor sich? Das ist Kate. Die ist am weinen. Kate? Hallo? Hä? Hä? Ich komme gleich auf dich zurück. Da ist ein Wal. Ey, das ist gerade so creepy. Aber so richtig heftig. Hä, warum ist sie hinter mir? Sie ist wieder vor mir. Haben wir eigentlich unsere Fähigkeit noch? Die haben wir noch. Okay. Tür öffnen. Jetzt. Hä? Das ist, das ist aber wieder. Das ist wieder dasselbe Karte. Max Coyfield. Okay, die Karte sieht gleich aus. Hier haben wir eine Tür. Ach, das ist. Wir können jetzt alle Türen öffnen. Oh nein. Boah, das ist schlimm. Stellt mal vor. Boah, das ist schlimm. Stellt mal vor, man käme ja nie wieder raus. Und das ist gar kein Albtraum. Das ist irgendwas anderes. Schlüssel. Nehmen. Wir haben Schlüssel für Zimmer 218. Was ist, wenn ich die Duschen öffne? Ah, sind wir auch wieder hier. 218. 218. Ja, aber warte mal, bevor wir jetzt da hingehen. Ah, da ist immer noch der Wal, okay? Das wäre jetzt super creepy, wenn er mit uns sprechen würde. Uah. Okay, 218. Äh. Hä? Ah. Es hat sich was getan. Oh nein. Nein. Jetzt sind hier überall diese Plakate aufgehangen. Das wird so allmählich zum Horrorgame. Rachel. Was? Was? Vielleicht Übersetzung mal anzeigen? Rachel verendete mein Leben. Ähm. Was? Sie redet ziemlich leise. Was? Ich verstehe eigentlich nur so ein Nuschel. Jetzt ist da oben auch noch ein Wal. Ich weiß nicht, ob der vorher da war. Aber wo muss ich jetzt rein? Ich gehe jetzt einfach mal irgendwo rein. Na, jetzt sind wir wieder hier. Ähm. Ist auf jeden Fall Chloe, die da spricht. Ah. Okay. Jetzt sind wir in Victorias Körper. Alles klar. Können wir jetzt in die Körper von anderen schlüpfen, indem wir in den Zimmern gehen? Ne, anscheinend nicht. Aber ich habe das Gefühl, die ist größer. Victoria. Ach, jetzt hat sich hier wieder alles verändert, ne? Du sagst, Victoria. Ja. Okay. Puh. Hier drin waren wir zwar auch schon mal. Ich gehe da aber trotzdem nochmal rein. Ich glaube, kann es sein, dass ich jetzt... Genau, warte mal. Genau. Kann es sein, hier war, glaube ich, unser Zimmer, ne? Jetzt müssen wir, glaube ich, Victorias Zimmer finden. Ne, das ist doch Quatsch, oder? Victorias Zimmer war... Victorias Zimmer... War das nicht Victorias Zimmer? Oder gegenüber von unserem? Mal gucken. Doch, das hier war das doch, oder? Das war doch Victorias Zimmer, oder nicht? Ne. Was ist, wenn wir nochmal durch die Tür gehen? Ähm, ne, neben uns war... Mist, wo war ihr Zimmer nochmal? Das hier war das Zimmer nicht. Ach, ne! Ach, stimmt, hier ist ja das Badezimmer nicht da. Hier ist das Badezimmer, genau. Genau, hier war unser Zimmer. Und das ist... Ne, das kann ja nicht Victorias Zimmer sein. Da waren wir ja schon drin. Dann ist das hier Victorias Zimmer, ne? Oder eins links daneben. Ja, das war Victorias Zimmer. Jetzt müssen wir unser Zimmer finden. Ist das richtig? Ich weiß, wo unser Zimmer ist. Das ist... Äh, wenn mich nicht alles täuscht, das hier. Ja. I am Max Selfie. Wow, ja, jetzt sind hier überall unsere Bilder. Also ganz viele Bilder. Äh, das hier ist unser? Ja, das ist unser. Ah, okay. Und jetzt sind wir wieder... Ah! Okay. Hier passiert gerade alles rückwärts. Tamingiere. Oh Gott, bitte. Lehre dau στηなので... Wir werden selbst zu haben. Äh, ich glaube ich jetzt... Ich nehmische Fahrt. Äh, ich weiß nicht noch... Na, jetzt ist wieder alles normal. Oder? Ne, ist immer noch alles verkehrt herum. Die Nerven sind auch alle verkehrt. Wow, was war das gerade? Das kannst du aber gut. Selbst wir reden rückwärts. Wisst ihr was, dann rede ich ab jetzt auch rückwärts, okay? So, ich werde ab jetzt auch rückwärts reden. Ab jetzt rede ich auch rückwärts. Damit wir uns der Umgebung ein bisschen anpassen. Okay, ab jetzt rede ich rückwärts. Nun, für euch, du musst... Auch da, ich gebe noch Schöpfchen zu, ich gebe noch und wie jetzt er darf nicht, warum ich mir was in Opa beschreibt, ich werde noch nicht Oopsie gehen, Jetzt noch nicht, wie ich die Nerven bin. Ich habe drauf, ich werde auf jeden Fall. Nein, du bist so. So, ich werde mich nicht vor, du sagst, Mann. Du bist so, ich kannst du mich nicht mehr, aus dir klar, ich werde mich nicht mehr, dass du dich einmal anwenden kannst. Ich werde jetzt kassierst, dass du dich nicht mehr anwenden kannst. Wenn du dich eigentlich nicht mehr anwenden kannst, Ok, wo sind wir denn jetzt? Au Backe, jetzt ist alles durch, jetzt, wo sind wir, jetzt spielen wir verstanden. Da hinten ist er, das ist sowas von seltsam, halte Umschalt, um schneller zu laufen. Ach, wir sind jetzt in einer Galerie, jetzt kommt der wieder hier hin, ist das dein Ernst? Na, kann es sein, dass ich durchgehen muss? Ne, der läuft glaube ich immer wieder denselben Weg lang, ich muss glaube ich weiter. Da oben ist der Leuchtturm, wow, wow, kommt der auf einmal, nein! Ja, passt schon. Hä, was, der kommt von überall! Und da kann ich nicht hinlaufen. Nein! Oh, das war knapp. Ok, wir müssen warten, bis wir durchlaufen können, ich kann die Kamera noch nicht so gut drehen. Jetzt vielleicht? Wow! Ah, ja, ist ja nicht schlimm, wir brauchen ja gar nicht mit zu. Ja! Vergesst nicht, wir haben eine super duper Fähigkeit. Wow! Haha! 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 Und da kommt der Nächste. Sind wir das da auf dem Bild? Hilfe! Haha! Hä? Hä? Ja, warte. Oh oh! Oh oh! Haha! Oh oh! Haha! Oh oh! Oh oh! Haha! Oh oh! Oh, wir haben uns festgefahren. Oh, das ist ja mies. Das war ja jetzt eine doofe Situation. Aber wie konnte der uns sehen? Wir waren eigentlich nicht in seinem Blickwinkel. Oh. Jetzt müssen wir eben warten. Max! Ja, ist ja gut. Noch nicht einmal, ich sehe dich. Kommt der jetzt ernsthaft hier hin? Don't try to hide, Max! Mist. Ah, so ist auch gut. Ja, das ist auch eine gute Idee. So. Ah! So können wir es auch machen. Sehr gut. Oh! Da will ich gar nicht lang. Ja. Wie kannst du mich sehen? Ich bin nicht in deinem Blickwinkel. Der dreht sich nach... Wohin drehst du dich? Nach rechts oder links? Ah. Ah, nicht, dass wir wieder das Problem haben. Ne, pass auf. Weißt du was? Ich mach das anders. Bevor wir nachher wieder das Problem haben und wir setzen uns da fest, gehe ich eben hier rüber. Jetzt rüber. Ehm. Das sind überall wir. Ne, das nicht. Das ist Kate. Guck dir hier rein oder wo? Ah, ja. Ein klitzeklein Moment. Vielleicht können wir das sogar... Ah, egal. Der ist jetzt auf dem Weg hier hin. Wohin gehst du jetzt? Max! Du warst so pure und so innesst. Jetzt! Du musst sterben. Ach, guck mal. Jetzt weiterlaufen. Wir dürfen, glaube ich, nicht vom Licht entdeckt werden. Der Mic auf Max Caulfield. Ach, diese Bilder hier. Hey, da hinten ist dieses Ding. Okay, ich glaube, das sollte reichen. Oh, Mann. Jetzt sind wir hier anscheinend im Bad. Max, wo bist du? Max, komm raus und spiel mit mir. Okay, Varen sucht uns jetzt auch. Na, super. Perfekt. Dreh dich bitte da... Bitte... Genau, danke. Du weißt doch, wie das läuft. Ich will wieder aufwachen. Ah, er muss mal eben zurück. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Hier sind überall. Da hinten ist der Hausmeister. Keine Ahnung, wer das ist. Vielleicht David. Ich spume eben zurück. So. Jetzt durch, 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 durch. Jetzt sind wir am Schrottplatz. Aber wir kommen den Leuchtturm, merke ich mal gerade, immer näher. Ich glaube, das ist auch unser... Max. Wer ist das? Ach, das ist er wieder. Ich will die Flasche da kriegen. Ich will dich öffnen. Ich will dich öffnen. Ich will dich öffnen. Ich will dich öffnen. Oh nein. Pottles. Das könnte heil sein. Max. Max. Du hältst mich nicht auf. Ah, das ist doof. Der eine guckt uns von der Seite zu. Ah, jetzt laufen die gerade in der Richtung. Aber ich muss jetzt nicht einfach fünf Flaschen finden, oder? Ist das deren Ernst? Ich weiß es gerade nicht. Ne, scheint nicht so, oder? Flaschen. Ansehen. Es sieht aus, wie es noch Bottles gibt. Oh, Joy. Muss ich jetzt... Nein, äh, äh. Ich setze mich erstmal hin. Jetzt schneit es auch noch. Schnee, schneit es auch noch. Ah, aber es... Es tut sich was. Ah, wir sind jetzt in der... Alles klar. Ah, das ist William, ne? Ja, da bekommt er den Anruf. Und eigentlich steht hier das Reh. In der Schneekugel. Aber jetzt sind wir hier. Und guck mal, da ist ein Eichhörnchen. Ein fantastisches Frühstück mit Chloe und Max. Wir werden alle arbeiten mit den 2 Wänden. Was? Oh, ich wusste nicht, dass du Koffer brauchst. Natürlich, ich komme mit dir gut. Jetzt habe ich eine Entschuldigung für dich. Jetzt habe ich eine Entschuldigung für dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Meine Damen und Herren. Ich muss gehen, die ähnliche Königin zu retten. Sie hat nicht so viele Koffer, für uns zu verbrechen. Du bist wunderschön. Du wirst uns auf jeden Fall glücklich sein. Scheiße, wo sind meine Koffer? Das ist ein Dollar für den Swear-Jar. Du meinst dein College, Bond? Koffer, bitte. Hey, das sind wir. Scheiße, wo sind die Koffer? Eine andere Dollar für den Swear-Jar. Oh, wie sehen wir denn aus? Ach so, wie in dem Glas ist unser Gesicht so verschwommen. Was? Hey Max, grüß du Chloe und Joyce von mir. Vergiss nicht zu erwähnen, dass du mich hast sterben lassen. Dad! Können wir bitte aufwachen? Wer ist mal so langsam an der Zeit? Oh, was ist das denn für ein Albtraum? Jetzt stehen wir, jetzt sitzen wir hier in Schlafanzug. Ich denke, du wärst perfekt für meine neue Fotoserie in Retro Grunge. Ja, ne. Du hast die gleichen Qualitäten, die ich in Rachel Amber liebte. Oh, Mann. Ich denke, du bist so einfach mit Max als fucking Typ. Aber sie ist. Sie ist in der Mr. Jefferson. Jetzt komm hier. Goddamn, du bist eine sexy B***h. Warum hangen mit Max, eh? Bordem. Plus, sie ist wie mein persönliche Puppet. Ich verstehe. Du willst ein Party? Ich habe eine Drugstore in meinem Raum. Oh, shit. Look at Max spying on uns. Geh eine fucking Bilder, B***h. Oder geh ein Selfie. Siehst du? Das ist, wie du ein Bewegungsgericht hast, Max. Kein Moshpit für dich, Schockabra. Verdammt, Victoria. Du bist eine wirkliche Frau. Nicht eine kleine Mädchen wie Max. Ich liebe deine Tots, Chloe. Du bist so heiß. Ich kann nicht glauben, dass es uns so lange dauert, um sich zu verbinden. Max, was träumst du denn da? Warum hast du Rewind-Powers bekommen? Du wirst nicht wissen, wie sie benutzen. Rachel ist tot und du bist immer noch lebend. Leben ist... nicht fair. Ich wünsche dir, dass du nie zurück nach Arcadia Bay zurückgekommen hast. Du bist der richtige Sturm. Wir haben was im Tagebuch oder sowas? Also irgendwas haben wir reingeschrieben. Äh... Ja, aber es wird mal wieder nicht angezeigt. Was steht denn jetzt eigentlich bei Jefferson? Verlassen. Aber... Ja, anscheinend immer noch dasselbe. Okay, verlassen. Tastenfeld... Tastenfeld? Auf einer Toilette. Alles klar. Benutzen. Ach, das hier. Warum vier? Oh, die sind... Äh... Welche sind denn die Abgenutzten? Ähm... Drei, Fünf, Sechs, Neun? Die sind alle nicht sehr abgenutzt aus, nur dass die einen heller sind. Hä? Wow! Äh... Nein, das ist nicht dein Ernst. Ja, ist klar. Genau, okay. Wo fangen wir an? Das ist ja wirklich ein Albtraum. Das ist aber jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst, oder? Oder ist hier vielleicht eine markiert, oder so? Hilfe? Ähm... Nein? Okay, wir fangen an mit 8391. Aber das kann doch niemals sein, oder? Warte mal, eben ansehen. Aber welcher? Aber welcher?